Hallo, ich bin Julia von dekadent-dekaf.com, der führenden Marke für koffeinfreien Kaffee in Großbritannien. Heute stellen wir uns die Frage. Kann ich bei Vorhofflimmern normalen oder entkoffeinierten Kaffee trinken? Zunächst einmal kurz, was ist Vorhofflimmern? Vorhofflimmern, kurz AFIP, ist eine Art unregelmäßiger Herzrhythmus, der zu Blutgerinnseln führen kann. Es ist die häufigste Form von Arrhythmie, was bedeutet, dass sie häufiger auftritt als andere Arten von unregelmäßigem Herzrhythmus. Es ist eine Art unregelmäßiger Herzschlag, der dazu führt, dass die Vorhöfe oder oberen Kammern des Herzens zittern und aussetzen. In diesem Zustand fließt das Blut nicht reibungslos von einer Seite des Herzens zur anderen. Stattdessen sammelt es sich in einem Bereich und kann zur Bildung von Blutgerinnseln in anderen Bereichen ihres Körpers wie Lunge und Gehirn führen. Die Symptome ähneln denen, die bei Menschen mit anderen Arten von Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflattern oder Paroxysmeler supraventrikulärer Tachykardie, PSVT, auftreten. Personen, bei denen diese Symptome auftreten, sollten sofort einen Arzt aufsuchen, da sie möglicherweise eine Behandlung für ihren Zustand benötigen. Kann ich also normalen koffeinhaltigen Kaffee trinken, wenn ich Vorhofflimmern habe? Lange Zeit wurde Patienten mit schweren Herzproblemen von der Einnahme von Koffein abgeraten, doch jetzt überdenken Wissenschaftler ihre Entscheidungen. Tatsächlich schlug eine Studie mit dem Titel Caffeine and Orysmeer, die 2005 im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht wurde, vor, dass nur Menschen mit schwerem Vorhofflimmern ihre Koffeinaufnahme reduzieren sollten und dass diejenigen mit weniger akutem Vorhofflimmern während des Vorhofflimmerns dennoch etwas Koffein zu sich nehmen könnten Tag ohne Sorgen um AFIP-bezogene Probleme. Es ist jedoch immer noch besser, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, da festgestellt wurde, dass Koffein das Risiko von Vorhofflimmern bei Menschen mit zugrunde liegenden Herzerkrankungen erhöht. Denn Koffein erhöht den Blutdruck und die Herzfrequenz, was zu einem unregelmäßigen Herzschlag führen kann. Es ist bekannt, dass Koffein mehrere Wirkungen auf das Herz hat. Dazu gehören die Erhöhung des Blutdrucks, die Erhöhung des Herzzeitvolumens und die Verringerung des Sauerstoffverbrauchs. Dies liegt daran, dass Koffein ein Stimulans ist, das als Stimulans des zentralen Nervensystems, ZNS, wirkt. Koffein stimuliert das ZNS, was Herzfrequenz, Blutdruck, Atemfrequenz und Muskelkontraktionen sofort erhöht. Kann ich entkoffeinierten Kaffee trinken, wenn ich Vorhofflimmern habe? Es scheint nicht, dass Untersuchungen durchgeführt wurden, um festzustellen, ob das Trinken von entkoffeiniertem Kaffee eine Wirkung, positiv oder negativ, auf Vorhofflimmern hat. Aber da entkoffeinierter Kaffee nur geringe Mengen an Koffein enthält, wäre es logisch anzunehmen, dass entkoffeinierter Kaffee sicher für Vorhofflimmern ist. Hier bei decadentdecaf.com empfehlen wir den Swiss Water Process zur Entkoffeinierung, der Wasser, ohne Chemikalien, zur Entkoffeinierung der Kaffeebohnen verwendet und zu 99,9% Koffein frei ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.decadentdecaf.com oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für weitere Videos zu den Themen entkoffeinierter Kaffee, Koffein und Kaffee.